Musik Hallihallo, hier wieder euer Darsteffen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und einen schönen Freitag und auch schon mal eine gute Stadt ins Wochenende wünsche ich Im... Wow! Fuck, schon mal ein schönes Wochenende im Voraus wollte ich gerade sagen Ich glaube nicht, ich habe eine Motherfucker und schütt mich runter Komm her, du Schwein Ja, du Arschloch Bums doch irgendwas anderes, auch nicht mich Bums, keine Mache Sowas perverses Gott, wer hat dich auf der Welt losgelassen? Ist der nicht verschicklich hier? Meine Fresse, meine Fresse hier Ist der schlimm hier Na, komm So, bauen sie mich einmal zu Äh, hocken Hey, wir gehen doch mal hocken Ach so Ja, so ging's He So, ich bin jetzt einfach ein bisschen sicher hier Das Plateau Das Plateau Und so Und ich verspreche euch erstmal, ähm Das war erstmal für erst die letzte Höhlen Folge Weil ich glaube, es geht euch auch schon langsam auf den Sack hier Dass ich die ganze Zeit nur in der Höhle hänge Und da werde ich dann in der nächsten Folge, äh, oh man Wollen wir was anderes machen? Vielleicht wieder eine kleine Erkundungstour Ja, was anderes Mal schauen Muss ich mal sehen Aber erstmal baue ich ja noch den Rest hier ab Das hier ist Das hier endlich mal Ruhe ist Hier ist auch noch genug, dass ich abbauen kann Aber damit werde ich dann einfach aufhören Ähm Weil ich glaube, das geht euch Ich klang zum Mauch auf den Sack Dass hier nur in der Höhle rumhängen und, äh Steinabbau Oh, da oben ist noch mehr Sorry Ich glaube, das Spiel wird mich verarschen Guck mal Die dunklen Steine, wie werden die noch gehen hier? Da lang geht's noch Da hinten geht's noch, dass ich ein Stück lang Das hat kein Ende Oh, endlich so Äh Guck mal, hier geht auch noch das Zeug Guck mal, hier geht auch noch das Zeug Jetzt ist es nur der eine obere Etage Ah, ich hab Glück Jetzt ist es nur das bissl Hoff ich doch mal Das ist ja nicht mehr so viel ist Das ist ja nicht mehr so viel ist Und ja, heutige Thema in der Folge ist es wieder mal Games Ich bleib erstmal ein bisschen bei Gaming Und ja, ähm Ich hab natürlich auch noch andere Spiele, die ich gerne let's playen würde Ich hab ja ziemlich viel mal runtergeladen auf E2Play Games Und ja Da würde ich halt auch gerne mal wissen mit euch Was interessiert euch am meisten Welche Kategorie von Spielen MMO-PRG Rennspiele Action-Shooter Und so weiter Oder Aufbauspiele Oder auch mal irgendwas Lustiges Oder auch mal irgendwas Lustiges So bisschen Jugendspiel oder so ein Zeugs Kann auch sein, dass es euch interessiert Da würde ich mich einfach mal freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet Ich weiß, ich hab das schon mal angesprochen Aber ich passe nochmal an Einfach nur Auf sicher zu gehen Da habe ich echt Gerne eure Meinung Hören wir dazu Oder brauche Dass ich einfach auch das Richtige Für euch tappe Was euch auch interessiert Ja, also Wir fehlen nicht einfach ein Spiel, was euch nicht interessiert Und so langweilig für euch ist Daher Werd ich auch gerne mal Eure strenge Meinung Der User Meiner Community hören Und lesen Und ja Ich hab dich auch so falsch Wir gehen aus der Hütte raus, komm Das geht ja gar nicht mehr hier Kein Ende der Scheiß Da ist auch sowas Hier, da hinten ist auch so übelst Von den roten Kann nicht So Es nimmt einfach kein Ende Und ich verlasse jetzt die Hülle Pardon So Wir gehen jetzt aus der Hülle raus Das ist Schluss, ne Ich gebe jetzt Selbst auf den Sack hier Da hinten in der Hülle rum zu hängen Und äh Steine abzuformen Ich gehe So Es regnet schon wieder Ist das euer Ernst Du siehst mich doch echt nicht verarschen hier Du siehst mich doch echt nicht verarschen hier So Jetzt gehe ich mal meinen Sickelsackelweg hier Und was habe ich hier gemacht? Die Sickelsackel gebaut, ey Das ist ja Fürstelle ich hier Blum Blum Gott Du weißt das nicht mehr, oder? Rest 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 Du weißt, da brauche ich mich gar nicht So Boah, wieviel Eisenherz Gibt es ja nicht So Boah, ist das viel Warte mal, ich mach mal's zu Boah, ist das viel Boah, ist das viel Ob da haben wir das jetzt mal echt zu sammeln Äh Die verarbeite ich jetzt nochmal schnell So Ich habe jetzt ein mehr gemacht, hätte ich keinen Rest gehabt Und auch Rest Und auch einer Rest So Öp Gut Und jetzt habe ich euch nicht mehr weiter langweilen Mit äh Sinnlosen Stein abbauen Denn jetzt werde ich mal was anderes machen Wie gesagt habe ich doch Och So, war ich mal zu viel Zeit Sehe ich gerade Vergespiele bald um Nur mit Stein Äh Abform Verschwendet Naja, okay Guck mal Bei mir flachen könnte ich auch wieder mal Und das noch Axt Gut Ich gehe mal so eine andere Mal nach unten mal Nachtlager und ja, es tut mir leid, dass ich die letzten drei Folgen nur am abbauen war ressourcen abbauen aber jetzt habe ich wenigstens genug, jetzt brauche ich erstmal keine mehr, glaube ich jetzt habt ihr erstmal Ruhe davon ich habe auch noch hier was, ooooh, ich habe drei Vierundsechziger Sticks vierundsechziger Sticks das muss noch hoch in den anderen Truhen schaffen hier da war ich glaube ich erstmal noch da war ich jetzt noch schnell, ja das andere hier, hier runter noch ja da muss ich nicht nach oben laufen soo, das mache ich jetzt noch schnell in der Folge Gott, ich bin nur am ressourcen abbauen und Kisten zu tieren ich hoffe, ey echt, ich langweil euch damit nicht ey, was macht ihr hier im Haus raus geht ins Bruch, ihr Penner raus, ey, du Arschloch raus das ist ein Hausfriedensbruch, ne, das wisst ihr schon alter, da machen die einfach mal Hausfriedensbruch hier, die kleinen Knacken das ist ja nicht euer Ernst, oah das wird noch ganz die Grenzen haben, meine Freunde, das sag ich euch soo, geht das hier mal gar nicht soo, geht das hier mal gar nicht soo, wo noch, wo das Kussack anstehen lassen ich hoffe, wir den Essens tue unten noch ja, das Güsse auch lasse ich hier oben dann nehme ich das andere Güsse aus den Kisten unten auch noch hier hoch dann passt das soo ja, ja, nach unten jetzt ist es wieder dunkle Nacht kaum noch die Monster und Hackmel wird die Fresse blau ja, so ein bisschen sind ich wieder da, wie ihr hört die warten nur drauf jetzt kommt jetzt kein Quieber von hinten angeschissen das wäre jetzt echt fatal soo Brandpowder kommt auch noch hier rein dann auch jetzt muss ich auch rein das Essen haue ich, äh, hierher ja, guter Vorrat auf jeden Fall jetzt will ich schlafen ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann in aller Frische wieder nächste Woche, Montag auf meinem Kanal wie immer selbe Stelle lebe Welle euer Darth Steffen möge ihr Macht mit euch sein und erholt euch gut tschaui laui Tschüss